Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overwatch. Wir haben heute hier mich dabei, hier ein Cookie dabei und so was. Wow, hallo. Das Schlimmste nennt sich sehr. Ja, aber wir gehen jetzt hier voll los auf den Tempel des Unum. WOOOOO! Ich krieg Angst. Lucky Shaka, Alter. Und wir haben Futter Maker. Ne, Flutter, sorry. Ich dachte Futter. Ich war grad voll happy. Der macht mir Essen. Damage haben wir hier, haben wir. Ja, Low Team Damage. Nimm Torbjörn. Du hast Torbjörn-Skin gekriegt, nimm ihn in den Angriff. Nein, kann ich nicht. Why? Weil ihr alle Danks zockt und niemand nen Healer zockt. Soll ich nen Healer zocken? Mach ich gerne. Komm, für dich... Jetzt sollen wir dich nicht Torbjörn zocken. Was? Ja, dann bleib ich bei Roadhog. Ich zock ihn gleich in der Defense. Okay. Hast du mich gerade beleidigt auf deiner Sprache, Serath? Nein. Hast du ein Problem, Mann? Ich mach' aus dir Bacon. Komm her. Kimochi. 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 Da haben wir irgendwas da vorne. Was? Der hat einen Soldier? Boah, wenn ich den hook'e, ne? Dann steck' ich ihn meine Schrotflinte... Schrot in den Arsch. So. Ich hab den schwierigsten Healer der Welt. Wieso benutzt du keine Hände? Ne, ich muss zielen. Boah, ich spiel' nur mit Tastatur. Spiel' mit Gamepad. Deswegen ist mein Skill so gut. An einem Joystick, oder was? Ja, logisch. An meinem Joystick. Oh, wir haben Bastione dann. Oh, boy. Das ist ja mal richtig crazy, was hier passiert. Ich glaub' nicht so schnell. Du bist hier, ich kann ihn nicht heilen. Oh, boy. Ach, die haben nen scheiß Turret. Oh, lululululululul. Natürlich trifft er mich. Hey. Oh, boy. Was ist mit dir denn los hier? Der war in der Fallen Gruppe. Ich bin hier. Ich hab' alle so große Helden, da ist es leichter, jemanden zu treffen, um zu killen. Jetzt weiß ich, ob auch die Tankmeter so gut war. Ja. Tankmeter war echt schön. Das waren noch Zeiten, da konnte ich noch ich sein. Und jetzt, jetzt bin ich ein Tieffighter. Ich treff' ihn einfach nicht. Wo sind eigentlich unsere Tanks? Ich lauf' gerade um mein Leben. Da ist die Bastione. Alter, die Bastione hat mir einfach meine Schulter weggeschossen, weil sie so breit war. Stand hinter der Tür aber nicht komplett. Der hat einfach links klick gedrückt. Finde ich nicht in Ordnung, was sagt ihr dazu? Also, äh... Nö, das finde ich auch unter aller Sagen. Nö, ich auch. Ey, ernsthaft, Mann. Soll er jetzt endlich tot, Mann. Na, wer als tot ist? Hm? Ne. Als ob ich Bashchen killen könnte. Der hat ein perfektes Schild, Mann. Ja, lass mal einfach rechts lang gehen und die Namen ignorieren und zum Punkt klassen. Na, bin doch so. Das ist spät. Na, komm, komm nicht, Alter. Ich werd hier weggerahmt, Alter. Oh, boi. Oh, boi. Ich nehme mal eben den Punkt ein, ne? Was ist los? Ja, mach mal. Ach so, Lucio hat er gemerkt. Komm, komm, renn, 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 einfach raus. Wo seid ihr? Verreckt, alle. Oh, Gott, nein. Er ist Torbjahr, der bin ich umgebaut. Nee, 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 ein Soldier. Lief ja gar nicht. Bitte, ihr schafft das. Ja. Oh, mein Gott. Gute Defense. Gute Defense. Mit einer Hintern, dude. 2-0, baby. 2-0. 2-0. Ja. Krasse Scheiße. Jetzt gebe ich dir den Torbjörn. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Roadhog nehmen sollte. Nein, du musst du healen. Okay. Hä, was? Du musst jetzt healen. Ich muss jetzt healen. Zenyatta? Oh, lave. Die Iris. Die Iris. Du bist ein schwacher Healer. Du brauchst noch stärkere. Ja, okay. Ja, ganz ruhig. Du kriegst die Titten. Ich weiß nicht, dass es dich gibt. Oh. Ich will auch nie healz. Oh. Weißt du was? Die kann gerne für mich auch... Ihren Heilstrahl mal echt benutzen. Ich könnte den gerade echt gut gebrauchen mit meinem Muskelkater. Ja, für deinen Kopf kann ich mir vorstellen. Ja, du. Das hilft kein Heilschleim mehr. Du hast nur noch den Damage-Boost. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Okay, äh, Serath, hast du mal Brutal Legend gespielt? Nee. Da gibt es solche Metal-Heads. Die machen immer so Headbanging und machen alles mit dem Kopf kaputt, weißt du? Voll geil. Oh, fight the power. Ja, raw, raw. Weißt du, eigentlich will man den Turm ja da oben platzieren, aber... Ja. Ach, shit, da ist ein Kasten im Weg. Du kannst ihn doch auch hier... Nee, bringt nichts. Du könntest ihn auch hier in der Ecke? Auch nicht. Привет, du brauchst healing? Warum? Ja, ganz ruhig, Alter, Mädchen. Der hat den geilen, geilen Widow-Skin, Alter. Can someone go for Ana? Ich bin jetzt hier vorne. Das fällt dir aber früh ein, Lucky Shucky. Okay. Ah, sorry. I gonna do that. Oh, boy. Die sind hinter uns. Die wollen hier richtig kämpfen, Alter. I'm kind of scared. I'm kind of scared. What are we gonna do that? I'm gonna believe in myself. I'm gonna build this turret. You can do it. Pepso! Pepso, do not die on me. Pepsi! Pepsi! Ich will all die Pepsi trinken. Alter, warum hab ich grad so FPS-Drops ein bisschen? Es sieht so ein bisschen laggy aus. Windows 95. Ah, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Windows 98. Nee, schlimmer. Windows 10. Meine... Falls ihr das jetzt sehen konntet, dass meine, äh... Dass mein Bildschirm sich geändert hat von der Farbe her. Ich habe eine App. Die nennt sich Flux. Und die soll Blaulicht hier, wie es ist. Oh mein Gott, ich hab nur noch zwei HP. Ich hab nur noch zwei HP. Oh mein Gott, danke. Ja, mach kaputt. Brudi. Und die ist dafür, dass man besser schlafen kann nachts und auch mal müde wird. Unglaublich, aber wahr. Wenn du so da gehst, kannst du auch gleich pernil. Was denn? Nein. Oh boy. Ich bin tot. Ich stop... Oh. Chaka mal lakka, Alter. Chaka. Lakka. Lakka. Genghis Kai hat die umgebracht. Oh man. Oh doch. Ach, schade. Oh mein Gott. Lass mich zu dir hoch, boy. Oh yeah. Saria, I'm gonna make you great again. I grab her by the pussy. Was hast du getan? Oh no. Don't you dare. So, Saria ist tot. An keinem scale. Amor. Oh boy. Nimm den Damage Boost. Nimm ihn. Du willst... Nein, du willst ihn healen. Du willst ihn healen. Oh mein Gott. Ja, ich wollte einen, aber... Ich hab dich auch gehealt, aber es war nicht genug. Da kam so eine schäbige Bestie. Ihh. Oh mein Gott. Hinter dir ist ein... dummer Tracer. Tracer? Komm, get your armor, baby. Oh, ich kann wieder Leute wiederbeleben. Solange ich nicht sterbe, ist alles gut. Wir schaffen das. Ist das das beste Ranked meines Lebens? Nein. Aber es sieht definitiv gut aus. Es kommt gerade an, oder was? Loverst du wieder? Was? Was laberst du wieder? Ich rede davon, dass das ein sehr gutes Ranked gerade ist für uns. Oh boy. Stirbt doch mal jemand von uns? Ja. Heroes never die. Danke. Kein Problem, gerne. Gerne, nur für dich. Ja. Einmal bitte für uns alle klatschen. Wir haben eine Bestleistung. Uuuuh. Ui. Schlecht. Tetsu kommt aus einer anderen Welt. Wenn er das macht, ist das eigentlich so gut. Ja. Warum habt ihr nicht 13 Uhr gemacht? Mensch. Ist so. Ihr seid doch hier Grandmaster, aber dann spielt ihr dagegen nie. Ja echt, ich weiß auch nicht. Junge, das ist ein Tor, wie auch nicht. Aber Lucky Shaka hat's gekriegt. Lucy. Nicht Lucy, Lucky Shaka. Lucy. Junge, Lucy. Lucy. Okay, er heißt ab sofort Lucy. Lucy. Guck. Der hat ja einen Aim hier. Der läuft ja richtig gut. Ja, hättest du auch gerne, ne? Ja. Aber sowas besitze ich nicht. Also dann, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal damit. Tschüss. Tschüss. 2-Hallium füher. skateutt. Hei. So. Tschüss. One heartth히 here. See you soon. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.